Und jetzt! Jawoll! 1 zu 0! In der ersten Minute nach knapp neun Sekunden, der Dennis macht es vom Anschlusspunkt. 1 zu 0 nach neun Sekunden. Wow. Dennis war eben das 2 zu 0. Da musste ich die Kassette wechseln. Der Speicher war voll in so einem Pech. Ich habe auch Dennis mit dem 2 zu 0 schon in der 2 Minute bis die Minute. Dennis, das ist ein super Tag! Oh, Ono in Rücken gespielt. Schade. Komm, Ono! Gegen! Komm, Kubi auf! Spiel! Oh, schöner Schuss! Jetzt ist er drin! Ono und Dennis macht sein drittes Tor in der vierten Spielminute. 3 zu 0 gegen Franken-Jura, das BOL-Team. Schön! Boah! Ein Wahnsinnsschuss und eine tolle Parade und vorher super von Bergkern verteidigt. Klasse, Junge! So, Abstoß entscheidet er, seltsamerweise. Lars jetzt! Langkliff, rüber zu Maxi! Maxi in Ruhe! Jawoll! 4 zu 0! Wahnsinn! Nach super Pass von Lars auf Maxi. 4 zu 0 in der sechsten Spielminute. Ja, Wahnsinn! Jura wird vorgeführt hier. Lars hatte noch... War der 17er ist gefährlich? Oh, der hat er Vortrag gelten lassen, oder? Glück gehabt! Glück gehabt! Aber gut aufgepasst! Jetzt Lars! 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 Das ist immer noch! Wahnsinn! Herrlich! Das ist selber gestürzt! Jetzt schauen! Und! Und! Oh nein, ist er! Oh! Doppel-Torwart da! Wahnsinn! Da war nix! Nein, da war nix! Und! Weiter geht's! Oh, jetzt, 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 aber Rico passt auf! Ivo Klasse! Ah, der 17 ist gut, aber da ist keiner! Da ist noch mal Maxi! Da ist noch mal! Das Mädel! Das Mädel! Das Mädel! Oh, jawoll! Ja, das war der Ehrentreffer! So im 1 zu 6! Das macht das Spiel aber auch nicht besser! Der VfL gewinnt gegen das Spiel-L-Team mit 4 zu 1! Ein wahnsinniger Ergebnis! Super gespielt und schade, schade! Dritter Platz! Zum Final, zur Finale, reicht's dadurch leider nicht! Aber super gespielt ohne Niederlage! Der VfL! Der VfL! Der VfL!